Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 5. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 629 und heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. iPadOS, Tracking, Server Config, Stadia, Stadia, wie es auch immer heisst, Google Trips und 6.660. Ich beginne mit dem iPadOS, etwas was viele überrascht hat, einige schon lange sich wünschen und die meisten sich jetzt extrem freuen auf den Herbst, wenn es dann soweit ist und auf allen iPads landet. Doch auf welchen sind genau diese alle iPads? Das haben sich auch viele gefragt und dazu gibt es jetzt konkrete Zahlen. Logischerweise die ganzen iPad Pros der letzten Jahre sind da mit dabei. 9,7, 10,5, 11 Zoll und 12,9 Zoll. iPad der 6. und 5. Generation, R der 3. Generation, R2, Mini 5. Generation und das iPad Mini 4. Das alles geht, wie soll ich sagen, einen Schritt hoch. Und natürlich die neueren Geräte, die Nachfolge von denen, logischerweise auch. Auch da darf man auf Updates hoffen oder drauf bauen, besser gesagt. Dann gibt es eine weitere kleine und wie ich finde, sehr feine Neuerung, was ich schon Apps runtergeladen habe für meine Mädels, für die Kinder, die Tracking drin hatten. Das habe ich in den meisten Fällen nicht mitbekommen, aber die Werbung und solche Geschichten drin hatten. Das ist ziemlich nervig, vor allem wenn man dann auch noch für die App bezahlt und dann trotzdem Werbung bekommt. Ist das ein Ding, das nicht sein muss? Dem schiebt Apple jetzt einen Riegel vor mit einem Update der App Store Richtlinien. Werden zukünftig Apps, die für Kinder sind, keine Tracking mehr beinhalten dürfen und auch keine Werbung. Gut so und weiter so, würde ich doch sagen. Am letzten Sonntag, mag ich mich gut erinnern, plötzlich kam es auf Twitter. Irgendein Tweet vom, ich mag mich an den Namen nicht mehr genau erinnern, ja, habe nur ich oder auch andere Menschen Probleme mit meinem Gmail. Dann mit Gmail war es dann nicht das Einzige. Es ging dann nach YouTube rüber und ein paar andere Google-Dienste, die plötzlich irgendwie einen Schluck auf hatten und zwar einen grösseren Schluck auf. Zuerst dachte man, dass es eine Überlastung vom Netzwerk ist. Google hat jetzt gesagt, an was das gelegen hat. Man hat eine Änderung an Server vorgenommen und statt das nur auf ein paar einzelnen Server auszurollen, hat man es, Klammer auf, aus Versehen, Klammer zu, auf ganz vielen Server installiert und somit innerhalb von wenigen Sekunden war das ganze Netzwerk irgendwie nicht mehr ganz so da, wie es hätte sein sollen. Nicht mehr da, wie es hätte sein sollen, war über Jahre, gefühlt zumindest, der Thunderbird-E-Mail-Client, denn viele gerne nutzen, oder viele ist halt auch wieder gross gegriffen, halt eher die Technik affin, würde ich behaupten, und diejenigen, denen es installiert wurde, ein E-Mail-Client auf Open-Source-Basis, der jetzt endlich wieder zurück ist. Und zwar offiziell, offiziell, gibt es den im Microsoft-Store zum Downloaden, also wer mit Windows unterwegs ist, kann ihn jetzt über den offiziellen Store runterladen und somit auch für die S-Geschichten, also Windows S. Das ist auf jeden Fall nicht der verkehrte Weg und ist eines der Programme, die ich auch relativ schnell auf einem Windows-Rechner installiere, jeweils neu, jetzt eben direkt, Abquelle vom App-Store, dem offiziellen. Weiter geht es mit Google. Man weiss ja, dass Google gerne ein bisschen vorpirscht, wenn Apple, Microsoft oder wer auch immer etwas ankündigt, möchten sie immer noch kurz davor etwas reindrücken und das haben sie ja dieses Jahr schon mal getan, bevor Microsoft richtig oder mehr ein bisschen in die Kugel hat blicken lassen, dass da was kommt, hat man ja angekündigt, dass sie mit Stadia oder Stadia ein Spiele-Service anbieten werden und dazu möchten sie jetzt genauer werden, weil anscheinend, also was heisst anscheinend, man weiss ja, dass an der E3, der Gaming-Messe, die nächste Woche, glaube ich, stattfindet, da dann mit Neuigkeiten kommen wird, also Microsoft wird da mit Neuigkeiten kommen und jetzt hat Google angesetzt für am Donnerstag, das heisst morgen Abend, kann man live zuschauen über einen Livestream, was da Google alles so ankündigen mag. Donnerstagabend, 18 Uhr, unsere Zeit, könnt ihr euch das anschauen, wenn euch Gaming interessiert und das Thema. Ansonsten, hey, ihr habt ja die Daily in eurem Podcatcher, da werde ich euch natürlich informieren, sofern ich einige News dazu auch dann rausziehen kann. Zu guter Letzt hat noch, da gibt es noch kleine Produktankündigungen, neues Produkt, das auf den Markt kommt, aus dem Hause AVM, die Fritzbox 6660 Cable, der ultimative Router für Kabelnetzwerke wurde an der Anga.com vorgestellt, gestern, vorgestern in Köln und ja, rockt da das Ganze ein bisschen. Die Details, was der Intus hat und was da für Möglichkeiten gibt, warum der fünf und nicht vier Ethernet-Ports hat und wie viele einzelne Partikelchen da durchschleifen und dass er auch Wi-Fi 6 hat und so weiter und so fort, das könnt ihr nachlesen bei einem Beitrag, den wir verlinkt haben bei uns in den Shownotes. Da drin habe ich auch einen Beitrag verlinkt zum Routerzwang, den wir hier in der Schweiz haben. Grrrr, ich hätte so einen schönen Router, den ich nutzen könnte, aber nicht darf. Und natürlich auch unseren Podcast, den wir aufgenommen haben, Anfang des Jahres, der Achim und ich zusammen mit AVM zum Thema MASH. Auf jeden Fall hörenswert, reinhören, wer es noch nicht getan hat. Ansonsten euch, einen wunderschönen Start in den neuen Tag. Geniesst ihn das Wetter, die Sonne oder wie ich den Keller, die Kühle und morgen geht's Büro anschauen. Heute, besser gesagt, drückt mir die Daumen. Genau, wir haben schon nach Mitternacht. Es ist morgen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.